Der Rosane hat recht. Ich sag euch was. Ihr gebt mir meine Socke zurück. Dafür gewähre ich euch drei Wünsche. Sagen wir fünf. Vier höchsten. Drei. Und nicht ein weniger. Also gut, dann drei. Ihr kriegt drei Wünsche. Wow, drei Wünsche, Patrick. Ist das nicht toll? Drei Wünsche? Ich wünschte, wir hätten das früher gewusst. Jetzt habt ihr noch zwei Wünsche übrig.